Willkommen zurück auf meinen Kanal. Wir sind heute mit Rainbow Six Sieben. Richtig. Hat alle einen Kanal übernommen. Ey, Mann. Ich krieg immer Fuh an. Es geht schon wieder geil los, alle künstlich lachen müssen. Planation TV abonnieren. Bittet der Bundeswehr bei. Okay, jetzt ist vorbei und wir konzentrieren uns. Sollen wir heute mal so eine schöne Runde machen, wo wir uns aufs Gameplay konzentrieren, Leute? Da muss man nicht mal künstlich. Guck mal, ich lach wie Joker. Ne, der Ben, der kann richtig gut wie Joker lachen. Das ist geil, jeder kann wie Joko lachen, ne? Lach mal wie Joker, Ben, du kannst das so gut. Okay. Weißt du, wir haben dich zurückgeholt für das Entertainment. Was du uns hier beatest, ist einfach Schnaftabletter, ey. Ja, Brüninger aus. Wir haben ihn zurückgeholt für den Sieg, Mann. Ich hab den Präsidenten für euch geholt, Freunde. Was habt ihr gemacht, Mann? Ach so, weil der Präsident selber im Kampf mit... Ja, klar. Der Präsident ist im Herzen immer bei uns. Ach, klar. Okay, Jungs, komm. Da lacht er voll wieder. Freut mich, dass ihr alle eingeschaltet habt, liebe Freunde. Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde. Rainbow Six. Wie er den Schnitt hier setzt. Und alles davor rausschneidet. Hey, warum soll ich das rausschneidet? Weil Curry ist jetzt auch an die Jump-Cut-Youtuber gegangen, ne? Ja, genau. Alle zwei Sekunden Cut. So Rainbow Six, grad kommt ein Gegner auf einmal, ist ja direkt tot. Boah, geil, wie ich den ge... Boah, mega. Okay, Jungs, ab geht's. Haha. Okay. Alter, ich bin das jetzt das erste Mal kapitao, was ist hier los? Boah, mega klasse. Kapitao! Mach vor, Jungs, Alter. Wieder am Sniper. Deine Beine grad, ey. Warte mal, warte mal. Warte mal, warte mal. Warte, guck dir das mal an. Warte. Ey, so geht das jetzt nicht. Deine Beine haben sich so komisch ge... Ja, wir gehen da rein. Richtig, Patrick, ne? Wir waren da wieder hier Special Operation. Denk dran, immer auch mal zwischendurch stehen bleiben jetzt, ne? Ja, klar. Du musst stehen bleiben, Patrick. Genau, weil sonst... Dann können wir richtig schön dann abähnen. Ach, Leute, machen wir jetzt weiter. Also der ist hier. Geh langsam vor, geh langsam vor, so dass er dich aber nicht töten kann. Ja, dann lüft der Handy. Der sucht doch mein Handy dann. Der muss doch schnell genug das hören. Wo, wo, wo ist der? Da sind zwei. Oh, hier ist kein Problem ohne Luft. Zack. Einer liegt vor der Treppe und einer rechts im Raum. Wir gehen weiter, geh weiter, Patrick. Geht dir die Kessel nicht ein. Ich bin direkt bei dir. Da ist einer. Bei der Küche, Leute. Ja. Oh, Tobi, da ist er offen. Wo ist denn der andere? Ich kann ihn... Deck mich mal, Tobi. Hä? Was soll ich mal? Decken. Ach so, zudecken. Hier, hier, da ist er. Da links, links. Da ist er. Der Kapital war sehr sinnvoll, Tobi. Ich seh den links noch nicht. Ich seh den links noch nicht. Äh, hier hinter müsste einer stehen oder hier. Ich seh den links. Der jetzt nicht belegen. Boah, nice. Patrick, ich spreng jetzt nicht weg. Ich spreng die Wand auf. Ja, mach mal, mach mal. Soll ich wieder zurück oder was? Wohin? Nee, aber der ist ja grad gekommen und ich stand hinter dir, weißt du? Ja, okay. Hier rechts jetzt den hier. Ja. Aber links ist noch einer, glaub ich, ne? Ja. Der Frost, glaub ich. Okay, vorsichtig Patrick. Also pass auf, hör mal zu. Hier hinter... Hol dir den, hol dir den. Nein. Nein. Ah, Dennis. Ich komm, ich komm, ich komm. Nein. Hast du? Aua. Hilf du? Pflaster. Aber trotzdem gut, Ben. Oh, okay. Oh, okay. Ja, das war der Frost, der da noch war. Ach, scheiße, ja. Oh, zwei Stück, zwei Stück, zwei Stück. Oh, sick de, sick de, sick de. Oh, sick de. Ja, man. Nice. Nice. Dennis hat 0-0-0 und ist erster. Ey, was? Der andere ist voll geil. Guck mal jetzt, wo die Runde vorbei ist. Null? Ey, ich hab doch jemand gekillt, ey. Nice, Jungs. Sehr gut gemacht, sehr gut gemacht. Guck mal, wir haben uns wieder aufgeteilt. Das müssen wir wieder öfter machen, Leute. Ja, klar. Hier, einer Castle, einer Mute. Ich mach Mute. Einer Castle, bitte. Ja, ich mach Castle. Danke, Patrick. Wer macht Ruk? Ruk. Einmal Westen, was auch wichtig. Weiter mach ich mal Ruk. Okay, Castle. Alles klar, ab geht's. Machen wir Serverraum, komm. Go, go. Kannst du gleich den Bett machen? Sagt er, der hat ja bei sich auf dem Bett damals Taschentücher liegen hatte, Patrick, ne? Ne. Was? Taschentücher und Laptop, Patrick. Danke, Curry, dass du den Informationen ergänzt hast. Wahrscheinlich hab ich überall im Bett geschlafen. Wie war das mit den Taschentüchern? Konntest du die schon hinstellen? Oder ging's auf? Boah! 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 Okay, Patrick, Fenster absägen. Wer sagt eigentlich, dass du einen Grund hast, Leute nahe zu machen, ne? Ich hab gelacht gerade. Wenn ich das nahe machen würde, dich nahe machen würde. Wen hab ich denn jetzt gerade nachgemacht? Milchcurrydrüsen. Ne. Im Flugzeug. Also, ich weiß nicht, wie du auf diese, auf diese Anschuldigung jetzt kommst, ne? Ah, was macht er? Kommt. Was macht er? Der bringt mich leider wieder um, ey. Wenn die Kamera aus ist, weiß er, ne? Ja, was ist dann? Weiß er, wir sind nur frohend, wenn die Kamera anders ist, Karry. Ach so. Soll ich hier zu machen? Wie Joko und Klaas, ey. Ja, stimmt. Ah! Ah! Achso! Ah! Alter! Okay, Patrick, mach mal hin da. Fünf Sekunden. Okay, alles zu. Da ist schön. Ja. Ja, ich hasse aber. Okay, ab-saven, Jungs! Boah! 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 Ich hab den Fenster vergessen, Patrick. Ach, Scheiße. Ja, ey, ey. Okay, passt da rauf, passt da auf. Nicht einreißen, nicht einreißen, Patrick. Schöne, Patrick. Äh, bitte. Ich setz hier einfach das hier hin. Oh, was hat denn Tobi, Alter? Ich glaub, die Demons sind da. Okay, Tobi, passt auf. D-D-Dicke. So. Leute. Ich glaub, hier ist Action, Patrick. Tobi, 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 Tobi. Hinter dir. Was? Was? Ich hab hier markiert, hier das Fenster. Ich glaub, hier laufen welche. Okay. Jo. Ja. Ja, pass auf auf, Fuse. Ich werd aber nicht gesprengt, weil ich abgemutet hab. Piss dich. Ey, Dennis, pass auf, Alter. Die sind hier überall. Der hat nur die Kamera angebracht. Der kriegt wieder an. Nice, Bronze. Nice, Brüning. Oh, oh. Okay, da hat das Fenster. Aufpassen. Nicht zeigen. Welches? Welches? Ach, da ist ein Fenster. Okay, da ist der Sniper, Vorsicht. Ja, genau, deswegen nicht zeigen. Wo sitzt er? Sitzt er direkt am Fenster? Nee, ich glaub, er ist ein bisschen weiter weg, so ein bisschen. Ja, der muss ein Stück weiter hinten liegen. Okay. Tut mir leid, Leute. Lass mal machen. Lass mal machen. Aber das macht auch Spaß. Sonst hat's verloren. Einer kommt hier auch verloren, oder? Die Dinger können hier nicht springen, das ist grad echt nice. Hä, wieso werd ich denn da mal entdeckt? Weiß drauf. From who? Somebody down there. Okay, bollst du wo? Da, wo ich tot bin, kommt noch einer Termite. Alles klar, das muss bei Dennis, oder? Der fängt jetzt gleich die Wand auf. Der hat noch 50 HP, ne? Dennis. Oh, hier, Fenster. Dennis. Fenster, Fenster, Fenster. Ah, fuck. Curry, der hat 50 HP. Kannst du dir holen, ey. Ich hab den Gang, Curry. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, hart. Fick dich hart, fick dich hart, fick dich hart. Leck mich. Ach, fick dich doch, tut mich! Komm, jetzt war doch ordentlich, Alter. Ist da noch einer, Kevin? Oh. Ja. Oh. Alter! Hä? Hast du grad auf mich geschossen, Alter? Oh, Kevin! Hä? Oh, Mann! Was hat dir das denn gemacht? Ja, klar, guck mal! Hast du das gesehen, Tobi? Nee, ich hab nur die Sterben sehen in der Kamera gerade. Was war da los? Hä? Ist rechts rum, rechts rum. P-Z und die Manners. Komm mal. Ja, ich hab nur noch drei. Curry und P-Z, Mann. Fenster. Ach, feiße, Mann. Das ist echt kacke. Radar, Döner Lieferservice Express, was los? Moment, bei mir war voll der Bug. Mann! Guck mal, da war das Fenster ja gesichert, ne? Mit dieser Stahlplatte. Und der hat einmal durch das Fenster geschossen und hat mich getötet. Wie kann das sein? Der hat durch diese Stahlplatte geschossen. Du kannst da zum Beispiel auch mit dem Fuse ein Loch reinmachen oder so. Ja, als Sniper kann er durchschießen. Ja, aber der hat einfach von... Ja? Woher... Hä? Aber woher wusste der, dass ich da bin? Okay. Das ist ein Pfeil für... Gleich hat er nicht predicted. Ein Pfeil für... Ein Mabdalla. Amen? Äh... Mach du Schild noch mal, Patrick? Ja. Ach, stimmt. Hey, 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 hey. War nicht schlecht, ne? Gute Idee. Gute Idee. Guck mal, Blackbeard, Schild und Glass, ne? Das ist eigentlich eine geile Kombo, ey. Hey, man! Hey! Wer ist der Schnellste? Currywurst! Leute, jetzt weiß ich, warum wir verloren haben. Ich hatte Dreck unter meiner Maus. Oh. Deswegen hast du ja... Redest du denn mit Dustin Alla? Äh... Äh... Jetzt ist der Tumor. Oh. So was. 1-0 TF. Wie wir Dustin kontern. Das alles und mehr bald auf meinem Channel. Äh. Wie mit Benzos. Wie. Nice. YouTube Beef geht doch immer, ey. YouTube Beef sagt er. Mach morgen ein Antwortvideo dazu. Oh. Aber die sind nicht da, wo sie gerade waren. Hier, bei mir sind die. Aber ich würde es erst feiern, wenn Patrick morgen das Video von Bronzo hochlädt von damals und einfach seinen Kopf reinschoppt, so weißt du? Nice, Bronzo sehr gut. Äh, Dennis. Das ist der... Ne, das ist nicht der Raum von gerade, ne? Da, da, Ben! Patrick, zurück! Patrick, fahr wieder rein! Links, 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 links! Da kannst du durchfahren. Komm mal die da! Vorsicht, die haben Frost, ne? Boah. Ja, unter den Fenstern. Da wird's kalt, ey! Wirklich auch aufpassen, ne? Guck mal da, da liegen die alle. Ich schwöre, wenn jetzt einer da reinfällt, ne? Curry! Jetzt fällt Curry gleich selbst rein, Alter. Keiner direkt das Spiel verlassen, Alter. Wenn du da reinfällst, Curry, ne? Dann ziehe ich dir die Hose. Ja, dann ist das... Dann ist der Hate gerecht. Wo rein denn? Dann gib euch 1000 Euro von dir einen Curry. Hannover nicht schön. Hä? Hä? Was ist denn mit dem jetzt los? Das ist Hannover hier. Die Map. Okay. Genau. Warte mal, Patrick. Ich geh mit dir weiter runter. Tobi, lass doch mit Patrick. Geh von unten hoch, ja? Hey, sei da. Von mir ist ne Tappe, Patrick. Hier, komm. Hey, sei da. Oh, das ist ja einfach, ey. Tobi, Tobi. Bernd! Okay, wir gehen jetzt mit Patrick, Tobi. Easy going, man. Warte, ich hol eben die Kamera da oben. Nice, Bronzer. Hey, was so? Alles klar, ey. So, weiter geht's jetzt hier rein, oder? Ja, hier ist er. Hey! Von hinten, von hinten, von hinten, von hinten. Ich bin tot. Nee, ich liebe noch. Oben, oben. Aber der liegt auch oben. Hinten in der Ecke. Hier. Ich hab ne Drohne drin, warte. Ich helfe dir. Okay, ich hatte ne Drohne drin. Ich hatte ne Drohne drin. Hab ich versucht, geht nicht so nah dran. Jetzt, sollen wir oben nochmal gucken? Weißt du, da ist noch einer? Ja, ich geh nochmal hoch. Boah, Alter. Okay, da oben ist, ist komplett frei. Hab unten noch einen geholt. Machen Sie sich bitte frei oben rum. Jetzt, äh, dann geh mal vor jetzt, Patrick. Die Tür da, ihr müsst in die Tür da rein. Boah, nein. Hier hab ich grad einen geholt, da vorne. Fein draußen. Ach, der ist rausgejumpt, Mann. Ist einer draußen. Oh, 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 oh. Hey, guckt euch doch um. Rechts, rechts, rechts. Da hinten, da hinten. Geht doch jetzt in die Tür da rein, Leute. Der geht unten in den Keller. Ach, Scheiße, Alter. Objektiv. Was denn? Patrick, ihr müsst in die Tür da rein, so objektiv. Ja, bei mir. Rechts, rechts, rechts von dir. Gegner. Hä? Geh dem hinterher. Der will den Tempo hochgehen. Der wird den Schüssen folgen, denk ich mal. Geh mal zu Patrick, Dennis. Oben, oben. Weiter, weiter. Da ist die Spur. Da ist einer. Ja, von wegen, da ist keiner. Wir haben noch gesehen, wie der da rein kam. Boah. Don't shoot on me, Buddy. Mach doch mal einen Cliffhanger jetzt. Okay, zwei gegen zwei. Kommt, Leute. Ihr müsst jetzt, geh mal zu Patrick, Dennis. Ich glaube, wir diese Runde gewinnen. Erfahren wir in der nächsten Folge. Ciao. Nach zwölf Minuten machen wir Pause. Ciao. Alles klar. Hallo Patrick, ich bin da. Geh mal da rein. Nein, Patrick. Oh ne, Leute. Ja, die andere Falle habe ich gesehen. Okay, Dennis, du musst jetzt schnell machen. Ist der angeschossen oder? Nein. Okay, Pause dich jetzt. Das ist eine Falle. Bitte rechts, Dinger. Geh rechts, nein. Das ist ein Puls. Vorsicht. Der liegt. Wolltet los, mein Freund. Jawohl, und jetzt ruhig. Rechts. Jetzt sneak einfach rein und hole den oder so. So wie vorhin. Nein, nein, warte. Ich habe noch Zeit. Hu. 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 Hu, hu, hu. Hu. Hör doch ruhig. Warte, ich täusch das an. Oh. Ah komm. Trigger das doch, Mann. Ach, leck mich. Nicht rennen, nicht rennen. Oh, alter. Ist ja ein Puls. Ist ja ein Loch reingemacht. Hab ich mich erschrocken, ey. Ah, Puls. Oh, ja, gut. Da hätte ich das ja gar nicht machen müssen. Ja, roten. Ah, Mann. Meine Hände auch gedacht haben. Was für ein Spasti. Der Puls hat Gold wert in dem Moment, ne? Könnte ich dir das auch mal? Curry, du kleiner, kleiner, kleiner Marzipan, Mann. Okay, wir brauchen wieder Mute und Castle, Alter. Ja, immer für dich, Kevin. Immer. Hey, Leute. Will ich Castle nehmen? Mein Name ist Dennis Wert. Und ich bin Sales Manager. Ja, wir müssen jetzt erst mal. Denn Ben, was macht ein Sales Manager? Sales Manager. Okay, Leute, ab geht's. Ach, Brüdinghaus. Schickidim, schickidim. Wie lange haben wir mit dem Brüdinghaus gereist? Fällt mir mal auf. Ne, Brüdinghaus, Haus? In die Vergangenheit, in die Zukunft. Wer weiß, wohin uns das Leben trägt. Man weiß es nicht. Das Fenster kannst du, obwohl, machen wir lieber erst mal die Tür, genau. Das macht gut, ne? Weil, viele ja nicht wissen, der Ben hat ein richtig gutes Talent, ne? Echt? Kann richtig gut Leute da machen. Hab mir mal jemand gesagt. Dieter Bohlen bei Supertalent, hab ich gesehen, aber der Ben da. Der Joker. Ne, leider nicht. Hast du jetzt nur drei Castle, ne? Ja, ja. Warte mal. Einer hat doch keine Weste. Okay, dann wäre ich mal da hinten bei der Wand eine machen. Looook. Obwohl auch eine Wand hier. Hier. Ey, da ist er. Nein, Tobias. Kennst du das hier, Tobi? Weißt du, was ich von den Kontaktgranaten halten soll? Warte hier, Tobi. Guck mal, das ist ein... Ja. Aua. Vorsichtig, Leute, ne? Wenn ich für die Beste, ich so Stacheldach, oder so ein Schild. Lass mal tauschen. Egal, das Spaghetti auf mir essen? Das hier ist echt schwer, ne? Weil hier ist auch noch alles. Also ich habe auch sehr gefährlich, weil hinter diesem Fenster. Mach mal zu hier, ne? Das ist nur Holz. Sieh man das eigentlich, Tobi? Ja, genau. Wollte nicht, aber du kannst Spaghetti von meinem Bauch, weil du es nimmst. Gerne. Haben wir ja viel Platz. Ja, super, danke. Leute, Fuse, ne? Wollte, pass auf. War es ein Arschloch. Bei dem Windows. Mann, ich sehe hier nichts. Guck, ob hier einer ist. Pass auf, Tobi, Alter. Die sind da auf jeden Fall. Da sind sich mindestens einer. Tobi, da ist jetzt da keiner. Bis jetzt ist da keiner. Das ist tot. Einen habe ich gerade fünf gekriegt, warte. Wo denn? Das weiß ich noch nicht. Ich würde da nicht so sitzen bleiben, ey. Hier ist direkt einer bei mir, Tobi. Okay, wo war das? Ja, hier, hier. Vorsichtig, ihr seid da zu dritt drin, ne? Ja, ja. Tobi, da hinten war gerade ein Drohn. Jop. Hier war es an dem Fenster, Tobi. Warte mal, ich komme da jetzt nicht hin, Alter. Ich glaube, es reicht von hier aus nicht. Ich komme da nicht hin. Ja, das haben die auch genervt. Das ist scheiße. Vorsicht, nicht da so rumlaufen, ey. Vorsicht, Tobi. Seid ihr, was ist, die müssen nicht peaken, ne? Da oben ist einer, hier. Okay. Tobi, up aim. Also, ich war dir am Fenster, glaube ich, auch, ne? Ah, ich guck. Haben wir doch, ne? Ja, schade. Boah! Ja, sucht euch eine Deckung, Alter. Fenster sind gefährlich, ey. Ja, ich bleib jetzt hier drin, Leute. Ey, Fenster ist echt gefährlich. Alter! Ich gucke mal eine Deckung, Patrick. Dennis an der Seite kommt einer von Dennis an der Seite durch die Tür. Was? Ich hab ihn schon, ich hab ihn schon. Ne, ne, das war der nicht. Bleib mal in der Deckung. Wenn die drin sind, gleich dann holen wir die hier einfach. Ja. Der, der halt sich da ab. Ich glaube, in meinem Raum salen die sich jetzt ab. Komm, wir machen oder nicht? Habt ihr das hinter mir? Patrick, vorsichtig, du liegst. Habt ihr das hinter mir? Nein, nein. Ja, das ist beruhigend. Ja, wir haben hier selbst Fenster. Da wurde auch schon, hier wurde gesprengt. Wird gesprengt. Das ist aufregend. Ich sag halt, lass einfach die Fenster und lass dich hier in den Raum reinkommen, oder? Alter. Äh, Treppe. Von der Treppe kommt ein Blackbeard. Er soll nochmal kommen, da, der kleine Hohenbock. Durch den Türschlitz hat er geschlossen. Das war gleich. Fenster hat, äh, Bronzer, Fenster. Ja klar, Alter. Ich hab den Zimmer getroffen, ey. Ach, das gibt es nicht, Alter. Och, Mann. Einer an der Seite, der kommt rein. Die nähen den Raum ein, ne? Ben, der hat sich reingeseilt. Ah! Jo. Go, go, go. Oh, ich hab's nicht mehr geschafft. Mann! Kein Glück heute. Mit Alex Meyer wäre uns das nicht passiert. Okay, warte mal. Heißt da noch nix. Hab den Blackbeard grad fünfmal, sechsmal getroffen im Fuß, ne? Der ist nicht tot, Alter, ey. One T. Komm jetzt. So, 3-1 kommen, wir drehen das jetzt. Das haben wir schon 100 Millionen Mal geschafft. Oh Gott, das wird von dem Fenster auskommen, Patrick. Also es kommt auch an, wo die sind. Es kann auch sein, dass die im Keller sind, dann ist das schwierig. Dann brauche ich dich. Thermite ist gut. Wir bräuchten vielleicht noch ein paar... Tobi, nimm mal nimmer hier. Thatcher. War, 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 war. Ja, 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 ja. Sehr gut. Nice. Geil, komm ich zu euch, oder was? Du musst auf jeden Fall mit dem Bronzer zusammenbleiben, falls ihr dich braucht. Dann kannst du einfach... Ich kenne dich ja ein bisschen aufpassen, wenn du da wolltest. Wir laufen jetzt mit Patrick, Tobi am besten. Okay. Den Bio-Gefahrgut behälten. Ich würde Patrick am Arsch kleben wie sonst niemand. Da payst du mit dem Set. Payset, lass mich doch mal in deine Payzone, Alter. Die soll sehr haarig sein, habe ich gehört. Ja, unten. Unten, unten. Keller, 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 Keller. Und sehr haarig. Was, Patrick? Vor allem teuer? Botshaus, ne? Ja. Wir machen jetzt Comeback hier, komm. Habt ihr, der Walle ist, Alter? Comeback, Alter. Da wird drauf gewartet, ey. Ah, lieber Salazin. Oh, guck mal, hier ist eine, eine Wall of Death. Wir können die eh sprengen. Deften. Mit echt? Wir alle sprengen da. Deswegen ist das ja Tom. Die Frage ist, wie gehen wir da ran jetzt? Am besten mit zwei Armen. War keine lustig. Es gibt hinten eine Hintertür, da könnt ihr reingehen und vorne halt dieser Haupteingang, wo diese zwei Wände sind. Da war die an, 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 an the window. Welches? Alter, was ist denn mit dir los? Was machst du denn? Bernd! Ey, ihr Spackenaller! Ich hab's ja gedacht, Dennis, nice. Okay, hol einer da den Bonzo. Ich hole den Bernd. Sarge und Bolling! Ihr weiß, Alben spricht für eine Safety. Was machst du denn da? Tobi, alles gut. Alter, was ist denn hier los? Warum steht der jetzt auf einmal? Das ist geil. Ich hab versucht, da oben eine Granate reinzuschmeißen. Der kommt mich holen, der kommt mich, glaube ich, holen. Ich prädikte den, Mann. Ruhig, 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 ruhig. Du musst leben, Kevin. Ich wollte es gerade gesagt haben. Ah, kriegst mich nicht, der Bleib. Das hat sich jetzt jemand. Oh mein Gott. Wir haben heute einfach kein Glück mehr. Ey, das ist einfach unvorsichtig alles. Ja, sollten jetzt ein Kapkan liegt, da hätte er aber auch nicht ankommen, der Junge. Ach, fickt doch deine Faschisten! Schöne, ne? Oh, Dennis hat gelernt, die nicht zu werden. Guck um die Ecke, während ich am... Toll. Es war ein schönes Match, ne? Schöne Runde, aber was willst du machen? Dennis, mach mal da, komm, mach mal. Dennis, leb noch, aber war schön, ey. BHP, Alter. Dennis, hau ab! Wenn du jetzt ein Ace schaffst, ne, kriegst du 1000 Euro von mir. Und ein Döner. Also drei sind ja schon tot. Du brauchst jetzt quasi noch einen Triple. Drei sind tot. Und einen Schokokäsekuchen, Mann. Ich meine nicht, ja. Alles klar, warum nicht? Den hat Tobi schon geholt. So, einfach reinjumpen, da. Scheiße, wie alt. Ah! Ankündigen, doch mal schön ankündigen, dass der oben ist, weißt du? Ich mach jetzt mal James Bond. Boah, ich hab ihn gesehen. Es war eine schöne Runde Rainbow Six. Ich hab ihn gesehen. Aber was will man machen, ey? Ich hab nur so einen kurzen Kopf da unten gesehen. Es wäre eine Millisekunde gewesen. Krass. Krass. Oh, krass. Nice. Ja, Leute. Rainbow mal wieder verloren, ey. Rain. Wir können doch einfach mal eine Niederlagenserie starten. Ist doch geil. Ja, ist doch sympathisch. Mach mal einfach mal mal andersrum. Ne. Da bin ich raus. Mach dich gut. Ciao, Curry. Tschüss. Kevin spielt ab.